Ich habe gerade kein Magieband zur Hand, um Viconia zu entbannen. Die wird mir jetzt krepieren da. Nicht gut. Wie kann ich helfen? Ich liebe Dungeons. Sie sind meistens in den Gold. Ich werde mich im Hadsumdrehen darum kümmern. Okay, das Schwert, das werde ich nur los, indem ich es mit magischen Geschossen beschiefe. Wie kann ich helfen? Oder ins Allgemein mit Magie beschieße. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. So, Viconia ist verwirrt, steht aber außerhalb der Giftsabscher zum Glück. Ritualkammer, okay. Okay. Hinter der Ritualkammer, um jetzt noch weiter zu gehen. Mutierter Aaskriecher. Gut, gucken wir mal kurz, was hier drin ist. Und vielleicht verschanzen wir uns da drin. Ich kann nicht aufhören. Diese Stimme. Ihr hört deine Stimme in eurem Kopf. Ist denn jeder hier von Sinn? Dann lasst mich euch von eurem Leben frei. Ist denn jeder hier von Sinn? Sie hat sich in meiner Gedanken bemächtigt. Ah, hat mich benutzt, um Monster herzubringen, die meine eigenen Leute töteten. Ich kann sie spüren, ganz in der Nähe, im Reliquidenschein. Ich kann nicht... Ah. Ja? Okay, zwei Luft. Die... Oh Gott. Yes, Abel. Mord. Aye. Are you fair enough? Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. I can't stop. It incultuated my thoughts. Used me to bring its monstrous gear. I'm looking forward to this. 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 Au. Das können wir vergessen in unserem aktuellen Zustand. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Au. Und das Gift, das macht ordentlich Schaden. Und dann versuchen wir halt hier zu rasten. Ich werde träge und brauche Ruhe. Wir können hier nicht rasten. Okay. So, Heilungszauber wurden eingesetzt. Yes, I will. Das heilen wir jetzt. Captain, how did someone like you rise so high in the flaming effect of the land? Depends what you mean by someone like me. There aren't many mothers who'd rather fight zealots thousands of miles from home and look like they'd be making their children dinner and putting them to bed. Circumstances don't allow many people, mothers or otherwise, to do what they'd prefer. Nonsense. I do what I will, where I will, when I will, with whom I will. Why do they always have to be so nice together? I know what you mean by yourself. Next time keep that thrice damned pit of hell you call a mouth shut or I'll shut it for you. Warum die alle immer so nett zueinander sein müssen. Safana fängt an zu Corwin. Also sagt mir Hauptmann, wie ist jemand wie ihr so hoch in der flammenden Faust aufgestiegen? Corwin, das kommt darauf an, was ihr mit jemand wie ihr meint. Safana, es gibt nicht viele Mütter, die lieber tausend von Kilometern von zu Hause entfernt Fanatiker bekämpfen würden, als ihren Kindern das Abendessen zu kochen und sie ins Bett zu bringen. Die Umstände verbieten es vielen Menschen, seien es Mütter oder nicht, das zu tun, was sie bevorzugen. Und Safana, unsinnig, tue was ich will, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will. Corwin schwafelt ruhig weiter, dann zeige ich euch, wer eine erbärmliche Kreatur ist, kleine Schnäpfe. Obmann Corwin, bitte, ich wollte nicht respektlos sein. Ich weiß, was ihr gemeint habt. Hattet das nächste Mal eure dreifach verhampte Höllengrube, die ihr euer Mundwerk nennt und ich zwinge euch dazu. Ja, wie ihr wünscht. Okay, dann gucken wir uns erst hier unten fertig um, bevor wir in den Raum gehen und uns mit ihr anlegen. Wobei, es hieß ja, dass da unten wahrscheinlich des Rätsels Lösung liegt. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Im Kaktus und Polkern? Im Wander? Okay. Zweimal Möp-Säure-File. Hm? Hm, passt. Wie kann ich helfen? Ressi. Ressi. So, noch ein Furchtbannon. So, jetzt benutzt ihr auch ein Heiligtum. Das ist das erste Mal, dass das Gegner wirklich Heiligtümer benutzt. Nur, dass das ihnen nie viel bringt. Okay, was haben wir hier? Schleuder plus eins. Schlüsselstein, den wir leider nicht da rein tun können. Keule. Ein Heiltränkchen. Das ist ein konzentriertes Heiltränkchen. Schleuderkugel. Einfach nur ein beschlagener Wams plus eins. Ja. Version entdecken. Naja, der ist nicht so wichtig. Also, dener hier wäre unbedingt Schrift drüber, für verlorenes Wissen. Diese Regale sind mit Keramiktöpfen, dünnen Pergamentblättern, Flaschen mit eingetrockneten Trängen und Corona-Tit oder einer Vielzahl anderer Gegenstände. Sinnvoll. Was nicht bereits zerbrochen ist, ist viel zu zerbrechlich, um von praktischem Nutzen zu sein. Aber jetzt haben wir genauso unbedacht wie unverständlich. Ja, wie ihr wünscht. Ach nee, nicht zu dir. Gegengift. Das sind alles Tränke, von denen wir ein paar dann verkaufen können. So. So. Okay. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Safana, geh mal vor, für den Fall, dass hier noch viele böse Falle sind. Wie kann ich, ihr braucht nur zu fragen. So, noch ein bisschen Heilung, bevor wir hier reingehen. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Darschkelin, ein Bild erfüllt euren Geist. Die Kreatur vor dir geht einen dunklen Gang hinunter, bevor sie in das blutige Licht des Tempels tritt. Sie steht triumphierend auf einem Haufen toter Körper. Dein Körper liegt auf dem Haufen, das Gehirn aus dem Schädel entfernt. Oh, ein Illifid, also. Wer seid ihr? Was hattet ihr hier vor? Ihr habt ja Tentakel in eurem Gesicht. Eure Pläne interessieren mich nicht, Monster. Ihr werdet... Ihr werdet... Ihr werdet wird sterben. Ihr werdet hier sterben wahrscheinlich. Wer seid ihr? Das Bild verwandelt sich in das Bild eines Gedankenscheners, der sich vor einem riesigen, pulsierenden Gehirn verbeugt, das in seiner Flüssigkeit schwimmt. Ein Gefühl des Erfolgs durchdringt die Vision. Dieser Tempel ist jetzt die Domäne des riesigen Gehirns. Die Version verschwindet in einem schwarzen, bedrohlichen Wirbel. Schallen... Jan Rotmond... Morhard Flintborn... Tschüss. Okay, das klappt leider nicht. Der Feuerball geht nicht durch die Wände und durch die Tür. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Ja? Ja, ich bin. Ich bin dein Vater. Hallo, ich höre? Wo geht es dieser? Ja, ich bin dein Vater. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.